Leute, das ist meine Stellungsname zu gommehd.net Ich wollte sagen, ich zocke schon seit zwei Jahren aktiv auf dem Server und ich muss sagen, der Server macht mich aggressiv und ich finde diesen Server einfach nur scheiße! Hey Leute und damit willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games. Mit dabei ist hier der Kremdi und ja, was soll ich sagen, ich habe jetzt ein Steinschwert bekommen aus der Kiste und mich gerade schreit jemand an. Du Hulensohn! Ja, die Sache ist halt die, viele Leute haben sich beschwert, warum ich niemand ausreden lasse in meinen Videos und da würde ich jetzt einfach mal sagen, Kremdi, du darfst jetzt mal ein heiliges Wort sagen. Also ich wollte schon immer mal sagen, dass ich... Ja, da ist einer, ich werde mal auf den drauf gehen. Oder wo bist du, Kremdi? Ich bin schon tot! Nein! Alter, was sind ihr für Huren auf diesem Server? Wieso haben die schon ein Eisenschwert? Das ist nicht legit! Wieso tötest du den? Oh mein Gott! Nein! Ich bin so scheiße in SGA einfach und trotzdem spiele ich dieses Game. Wieso zocke ich eigentlich Minecraft, wenn ich die ganze Zeit getötet werde? Leute, ich wollte doch eine kleine Sache ansprechen, nämlich habe ich mir vorgenommen, jeden Tag ein Video zu machen und da würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn ihr einverstanden seid, haut doch einfach mal einen Daumen nach oben. Kremdi, hab ihn! Unterstützt mich! Ja, oh mein Gott, Kremdi Ich liebe dich Ich geb dir so viel Equipment jetzt Hier, nimm das, nimm das, nimm das Steckst dir diagonal in den Arsch Ich muss ein bisschen wecken Pass auf, Kremdi, pass auf Nein, der wird mich Der wird mich auch töten Geh weg, komm zurück Nein